Hey, Vitamine! Heute geht es ab zum Wandern! Yeah! Yippie! Und ich freue mich schon so sehr drauf! Oh, yeah! Oh! Hey, Freunde! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und Vitamine und ich, wir gehen heute auf einen Wandertrip! Oh, yeah! Oh, yeah! Aber ich würde sagen, lass uns ein volles Boot nehmen und... Moment mal, beide sind leer! Äh, upsie! Och, war noch egal! Dann komm, wir gehen hier ins rechte Boot! Let's go! Und hier wollen... Guck mal, ein Mädchen kommt mit uns mit! Yippie! Yeah! Und Moment mal, wir fahren doch nicht wirklich zu dritt, nur... Wir fahren jetzt zum Wandern! Let's go! Da sind wir auf jeden Fall beim Wandern! Was geht ab? Oh, yeah! Mega, mega cool! Okay, dann würde ich sagen, ab geht es! Wir müssen hier erstmal nach oben wandern, oder? Oh, yeah! Auf jeden Fall! Let's go! Genau, guck mal, hier ist auf jeden Fall unser Führer! Dem müssen wir auf jeden Fall hier den ganzen Weg folgen! Let's go! Und wir müssen als allererstes hier in dieses Robloxia-Haus gehen! Oh, yeah! Kommt schon, meine Freunde! Mega, mega cool! Okay, was geht denn hier bitte ab? Okay, und... Ja, 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 genau! Du erklärst uns heute auf jeden Fall, was der Plan ist! Ich freue mich schon so, so sehr aufs Wandern heute! Oh, yeah! Ich mich auch! Wir machen heute eine Expedition! Oh, das wird mega, mega krass! Und es kann auch gruselig werden! Oh Gott, oh Gott! Gruselig mag ich überhaupt nicht! Ich auch nicht, aber solange wir zusammenbleiben, wird schon nichts passieren! Oh, yeah! Das sehe ich genauso! Ich meine, wir sind auf jeden Fall zu dritt! Und sehr, sehr gut! Und Moment mal! Hey, guck mal! Ich sage hier, ich liebe zu wandern gehen! Mega, mega cool! Oh, yeah! Alle lieben das! Natürlich! Und ich kann es kaum abwarten! Wann geht es los, Vitamine? Und guck mal, wir sind hier sogar mit Mädchen! Schöne Grüße auf jeden Fall an dich! Ich glaube, das ist eine Zuschauerin! Oh, yeah! Und wir müssen ihm folgen! Genau, genau! Und wir müssen auch alle zusammenbleiben, dass nichts Gruseliges passiert! Aber ich denke, da wird schon nichts passieren! Oder, Freunde? Sehr, sehr gut! Let's go, let's go, let's go! Und schau dir mal die schöne Aussicht an! Das sieht mega schön hier aus! Auf jeden Fall! Das sieht mega, mega cool aus! Und ich sehe schon... Oh, mein Gott! Hier ist Wasser! Oh, hier ist so ein kleiner Teich! Hey, du kannst doch nicht einfach reingehen! Und guck mal, wir haben einen kleinen Teich gefunden! Dürfen wir hier reinspringen? Ich spring schon die ganze Zeit hier drin! Okay, sehr, sehr gut! Wir können uns was zum Trinken abholen! Let's go! Guck mal, ich habe was zum Trinken, Vitamine! Ich habe Wasser! Oh, eine Wasserflasche! Genau, das ist ganz, ganz wichtig zum Wandern! Immer natürlich schön viel Trinken mitnehmen! Oh, yeah! Mein Magen tut weh! Oh, nein! Was ist denn mit dir los? Oh, Gott! Geht's dir gut? Oh, Gott, oh, Gott! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh, mein Gott! Nein! Vitamine! Du bist vergiftet! Und was ist mit dir passiert? Oh, nein! Oh, nein! Ich habe das Wasser getrunken und wurde weggeschnettet! Das darf wohl nicht wahr sein! Oh, es ist komplett dunkel! Wir müssen zurückrennen! Komm mit! Oh, Gott, oh, Gott! Was passiert hier, Freunde? Wir haben 24 Sekunden Zeit! Das darf nicht wahr sein! Ich bin jetzt alleine mit dem Mädchen! Hilfe! Oh, nein! Ah! Was ist das für ein Monster? Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott! Wir müssen hier sofort weg, Freunde! Wir werden es noch niemals schaffen! 10 Sekunden Zeit! Wir werden das niemals schaffen! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, mein Gott! 5 Sekunden ganz, ganz schnell! Okay, okay, okay! Die letzten Sekunden! Das wird mega, mega kaputt! Jawohl! Okay, nein! Vitamine! Ich bin der Letzte, der noch am Leben ist! Oh, mein Gott! Ich hoffe, du wirst das schaffen! Freunde, das darf doch nicht wahr sein! Alle sind am Schlafen und wir sind jetzt schon der Einzige, der am Leben ist! Aber, Vitamine, du musst mich trotzdem noch unterstützen, okay? Auf jeden Fall! Natürlich mache ich das! Oh, Mann, oh, Mann, das darf doch nicht wahr sein! Wir gehen erst mal schlafen und morgen geht dann die richtige Action ab! Ah, guten Morgen, Freunde! Let's go! Und ich bin einfach der Einzige Vitamine mit dem... Hallo, äh, was geht da ab? Mega, mega krass! Okay, wir können jetzt auf jeden Fall... Aber ich hoffe, wenn ich es geschafft, du es! Oh, ja, das war schon mega, mega gruselig einfach! Und jetzt kann endlich die Expedition starten! Okay, ich soll ihm auf jeden Fall folgen, würde ich sagen! Let's go, Freunde! Aber, Freunde, schreib mal jetzt gerne unten in die Kommentare! Denkst du, wir werden heute den Wandertag auf jeden Fall zusammen überleben? Und wenn du mir dabei helfen willst, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da! Das würde mich sehr, sehr freuen! Und auf geht's, Freunde! Wir werden das auf jeden Fall schaffen, oder, Vitamine? Auf jeden Fall, natürlich! Wir sind doch die Besten! Okay, da sind wir auf jeden Fall angekommen! Vitamine, ich stehe hier gerade vor einem riesengroßen Tunnel! Oh Gott, du musst das überleben! Aber sollst du da auch reingehen? Wir müssen den Tunnel auf jeden Fall jetzt erkunden! Oh Gott, oh Gott, okay! Und er denkt, das sollte der richtige Weg sein! Warte mal, wohin müssen wir jetzt lang? Und wir müssen hier runter? Oh Gott, oh Gott! Ich glaube, das ist aber nicht der richtige Weg! Und, oh, das ist der falsche Weg! Das hätte ich dir auch schon vorher sagen können! Ey, das darf doch nicht wahr sein! Und Vitamine, der ist ja ein kompletter Noob, der Führer! Ey, der hatte die Karte die ganze Zeit falsch rum gehabt! Moment mal, was? Der hat in die Karte falsch rum? Ist der verrückt geworden? Oh Gott, ey! Was ist denn mit dem los? Okay, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall den richtigen Weg folgen, Freunde! Oh yeah! Oh Mann, oh Mann! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Spide nicht überlebt haben! Aber Freunde, zum Glück bist du noch an meiner Seite! Und du und ich, wir sind ein richtig gutes Team! Und zusammen werden wir das, wow, hoffentlich schaffen! Und, oh mein Gott! Ich werde dir auf jeden Fall Fotos machen davon! Und ich zeige dir das mal und... Hier ist Lava! Was ist denn hier los? Schnell Fotos machen, genau! Oh Gott, oh Gott! Fotos schießen! Und? Foto, Foto, Foto! Genau, guck mal auf dein Handy! Ich habe dir gerade Fotos geschickt! Und nein, das Monster ist wieder hier! Was ist denn jetzt los? Oh Gott, oh Gott! Du musst das Monster besiegen! Kannst du es irgendwie besiegen? Oh Gott, wir müssen hier weg! Wir müssen, glaube ich, aus der Höhle raus! Oh Gott, oh Gott! Rückzug! Oh Gott, oh Gott! Freunde, wir werden das nie im Leben schaffen! Wir sind viel zu langsam! Let's go, let's go! Let's go! Vitamine, feuer mich an! Los! Sendi! Sendi! Oh nein, oh nein! Okay, okay! Sehr, sehr gut! Okay, let's go, let's go! Alles ist dunkel geworden in der Höhle auf einmal! Und wir sind eingesperrt! Wir kommen hier nicht mehr raus! Warte mal! Moment mal! Ist das denn ernst? Ja, aber warte mal! Es gibt noch einen Ausweg in der Mine! Wir müssen wieder zurück! Was ist das für ein Noob, ey, Freunde? Mann, oh Mann! Schnell, schnell, schnell! Wir müssen uns aber richtig doll beeilen, ey! Wie sollen wir es hier lebend rausschaffen? Wir werden das doch nie im Leben schaffen! Okay, wir gehen jetzt mal den anderen Weg hier weiter! Let's go, let's go, let's go! Und? Weiter geht es! Und okay, er liest auf jeden Fall wieder seine Map! Und bitte, nicht falsch herumhalten! Wie gerade eben! Okay, und hier sollte ein gutes Camp sein! Okay, folgt mir! Oh, ja, ich werde dir auf jeden Fall folgen! Oh, Mann, oh, Mann, Vitamine! Ich habe so Angst ohne dich! Und hast du die Fotos gesehen mit der Lava? Oh, ja, ich habe es gesehen! Oh, Gott, oh, Gott! Ich hoffe nur, du kommst dein Leben wieder raus, ey! Oh, ja, ich hoffe auch! Moment mal! Hier ist ein Absperrbänder! Gefahr steht hier! Und Moment mal! Hier ist echt ein Camp in der Höhle! Oh, mein Gott! Okay, sehr, sehr gut! Aber was können wir jetzt mal diesem Camp machen? Sind wir hier sicher vor dem Monster? Ich hoffe es! Okay, wir sollen auf jeden Fall hier die Nacht überbleiben! Und dann werden wir sehen, was am nächsten Tag passiert! Gute Nacht, Freunde! Den zweiten Tag haben wir auch überlebt! Sehr gut! Guten Morgen! Vitamine! Vitamine, wo bist du? Moment mal, ich bin immer noch nicht zurück! Ach so, oh, stimmt! Du warst die ganze Zeit gar nicht da! Oh, Mann, oh, Mann! Okay, guten Morgen! Und heute ist der Tag gekommen, wo wir aus dieser Höhle auf jeden Fall ausbrechen müssen! Oh, Gott, oh, Gott! Ich hoffe, wir werden das auf jeden Fall schaffen! Und... Oh, oh! Was ist denn jetzt los? Oh, der Ad-Führer ist weg! Ich bin jetzt komplett alleine! Was ist denn jetzt los? Oh, Gott! Du bist jetzt wirklich alleine? Nein, das Monster hat ihn geschnappt! Nein! Vitamine! Hilf mir! Oh, Gott, oh, Gott! Was ist denn jetzt los? Nur noch du und ich, wir sind die einzigen, die hier drinnen sind! Das darf nicht wahr sein! Okay, und wir müssen jetzt hier irgendwie ausbrechen aus dieser Höhle! Und nicht, weil der Führer ist da und... Warte mal, wohin müssen wir jetzt rennen? Freunde, ich glaube, wir müssen hier wirklich durch und hier stehen überall Achtung gefährlich! Aber uns bleibt nichts anderes übrig! Let's go! Oh, Gott, oh, Gott! Wohin wird uns nur dieser Weg führen? Und ich gucke mal ganz vorsichtig! Wow! Oh, die Ecke und wir sind in einer komplett neuen Höhle angekommen! Was ist das denn hier? Okay, hier ist auf jeden Fall der richtige Weg! Oh, Mann, oh, Mann, Freunde! Aber hier gibt es jetzt zwei Wege und können wir jetzt über beide drüber laufen? Vitamine! Wir dürfen uns jetzt nicht für den falschen Weg entscheiden! Was sagst du? Links oder rechts? Ähm, links! Links, oh mein Gott, Freunde! Drück mir die Daumen! Für welche Seite hättest du dich entschieden? Schreib es jetzt unten in die Kommentare! Links oder rechts? Und? Jawohl! Es war der richtige Weg! Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Danke, Vitamine! Du hast mir wirklich geholfen, ey! Ey, natürlich! Warum denn nicht? Das war doch voll easy peasy! Jawohl! Sehr, sehr gut, Freunde! Wir haben es zusammen geschafft! Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich der Einzige bin, der am Leben ist! Was passiert jetzt? Oh, Gott, oh, Gott! Ich bin auf einmal nach oben geflogen! Was ist denn hier los? Oh, Mann! Oh, Gott, oh, Gott! Hey, du musst das überleben! Oh, Mann, oh, Mann! Jawohl! Ich glaube, ich habe einen Ausgang gefunden! Aber draußen regnet es und das ist kein normaler Regen, sondern das ist giftiger Regen! Oh, Mann, oh, Mann! Wir müssen jetzt echt durch, durch den Gift, die Regen! Ab zur Kabine und let's go! Wir müssen sofort wieder zur, oh, Gott, Hütte zurück! Aber wo war die, Freunde? Wir müssen uns jetzt richtig doll beeilen! Oh, Gott, oh, Gott, ey! Vitamine! Wir werden das nie im Leben überleben! Hey, doch, Seth! Ich glaube nicht! Du wirst das schon schaffen! Oh, ja, okay! Und, Freunde, dort ist auf jeden Fall der Teich, wo Vitamine vergiftet wurden! Oh, Gott, oh, Gott! Das darf nicht wahr sein! Und dort hinten ist die Hütte! Wir müssen uns beeilen! Let's go, let's go, let's go! Wir können es echt schaffen, Freunde! Die Hälfte von unserem Leben ist aber schon weg! Oh, Gott, oh, Gott! Das wird jetzt mega, mega knapp einfach! Aber let's go! Drücken wir jetzt alle die Daumen, Freunde! Werden wir es schaffen! Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Vitamine, ich schaff's nicht! Du schaffst das schon, Sinti! Oh, komm schon, komm schon, Freunde! Die letzten Meter und... Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Jetzt abgehend ist es schon ins Haus und... Jawohl! Ich hab's echt geschafft! Das war mega, mega knapp einfach, Freunde! Aber wir sind jetzt auf jeden Fall in der Hütte erst mal sicher, was ist denn hier los? Und ich denke, ich warte die Nacht hier drüber und morgen können wir auf jeden Fall weitergehen! Guten Morgen! Ah, guten Morgen, Vitamine! Und warte mal! Hey, was machst du denn wieder hier? Der Führer ist wieder da! Was geht ab? Endlich bist du da! Wo warst du, ey? Hat dich das böse Monster geschnappt und... Moment mal! Jawohl! Du hast das Monster besiegt und du konntest entkommen! Mega, mega krass einfach! Oh, yeah! Okay, und jetzt folge ich dir zum Boot! Oh, yeah! Ich denke, wir haben es gleich auf jeden Fall geschafft! Der Führer ist wieder da! Ja, Vitamine! Yippie! Das heißt, Setti, wir können endlich wieder nach Hause! Oh, Mann, oh, Mann, ey! Oh, jetzt muss ich ihm einfach nur noch folgen! Und dann geht es ab nach Hause, Freunde! Mega, mega cool! Oh, yeah, so let's go! Oh, nein, ey! Ich hoffe, der hält nicht die Karte wieder falsch rum! Und der sollte uns auf jeden Fall jetzt zum Boot führen! Und das sollte hier irgendwo genau hier sein! Und da ist das Boot, Vitamine, mit dem wir auch hier hingekommen sind! Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall hier ganz, ganz schnell flüchten! Oh, du schaffst das! Let's go! Yeah! Ja, Freunde! Wir werden es auf jeden Fall schaffen! Ab geht es jetzt auf das Boot! Jawohl! Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Boot drauf! Mega, mega gut! Und jetzt geht es wieder ab nach Hause und runter von dieser krassen Horrorinsel! Oh, mein Gott! Oh, Mann, oh, Mann, Freunde! Was war bitte das für ein verrückter Wandertag? Aber wir haben es echt zusammen geschafft als einziger zu überleben! Oh, yeah! Und dann würde ich sagen, Freunde, das war es mit dem heutigen Video! Ich hoffe, dir hat das Video gefallen! Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren! Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr! Und dann bist du auch ein Teil der Sandexami! Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei! Das wäre auch sehr, sehr cool! Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video! Bis dahin! Tschüssi! Tschüss!